So sieht's nämlich aus. Dann bleiben wir zumindest auch in der Runde drin und erleben somit jetzt das nächste Game. Was wir jetzt noch nicht wissen, was das nächste Game ist... Das ist doch schade. Fahren wir gerade erst mal kurz vor dem Spiel. Moon hatten wir vorhin. Moon war das erste, genau. Dann war das... Time Warp hatten wir auch schon. Ist das nochmal Time Warp oder Moon? Ah, schade. Wieder auf Ladung schnell. Juhu, erst Kontakt. Achso, Time Warp war, glaub, das letzte aus der ganzen Runde, gell? Kann das sein? Und Moon ist das erste von den Spielen. So, müssen wir weg. Shit, daneben gesprungen. Ach, schade. Sehr schön, Kevin. Ja, ja, nur in die Richtung. Ja, juhu. Mamoso. Schön, der Micha, wunderbar. Jawohl. Schön ist du, Micha. Oh. Oh Gott. Danke. Ich finde ja auch, dass ich wundervolles Haar habe. Gott. Moin. Moin. First Kontakt. Hm. Ja, und am 14. Dezember kommt ja schon wieder ein neues DLC raus. Da sind wir natürlich auch schon sehr drauf gespannt. Ja, das wird, glaube ich, auch wieder interessant eigentlich. Wenn ihr tapfer auf Facebook oder, ja, wir haben ja bis jetzt auf Facebook bloß, ähm, unsere Homepage, unsere Links verfolgt, die verbläten, ich sag's immer wieder gern, ähm, steht's zum Beispiel auch drin. Genau. Oder einfach bei einem von unseren Verbreiten, weil das... Richtig. Da steht's auch Weißes. Richtig. Oh, ich kriege. Oh, ist einer müde, oder? Nö. Nö. Wieso gamet er dann? So, Stoffmangel. Wieso gamet er dann? Gamer? Gamer? Ich gähne nicht. Gamer. Gamer. Nein. Ah. Schösser. Fang ihn ab, sonst geht es zu mir ins Tor. Okay. Gott. Ah. So. Oh, oh. Oh, oh. Drüber geflogen. Ja. Ehrlich. Nein, daneben gesprungen. Damit. Das musst du mal einschätzen, springst du einmal, springst du zweimal? Nö. Ja. Springst du einmal, denkst du, oh, ne, das wird zu wenig. Springst du dann zweimal, dann bist du drüber. Hol doch mal einer den Ball wieder runter. Nö. Äh, Hilfe. Weg damit. Weg damit. Sehr schön. Und rein. Boah, scheiße. Ich dachte, der breit genau noch in mich rein hat. Warte. Wer könnte gehen denn die Richtung? Na? Na, warte. Rechter Bild. Oh, oh. Der geht Richtung Tor. Nee. Aber deren. Danke. Nein. Schade, schade. Wer hat denn das gemacht? Ich. Ist ja schön gekommen. Ja. Der wäre richtig schön gewesen. Der 2-0 würde mal ein bisschen beruhigen, zumindest beruhig gehen der. Ja, klar. Ich sehe nichts. Ja, ich weiß auch nicht, wo der Ball ist oder ich. Der klebt den Motor der Decke. Und wieder zurück zum Spiel. Das ist wie so ein Luftballon, weißt? Oh. Warte. Wenn der sich ein bisschen... Nein! Da ist einer dran von denen. Das erinnert mich so ein bisschen an den Luftballon vom Geburtstag von der Lisa. Wo noch ein bisschen Helium drin war und wir damit eigentlich die ganze Zeit rumgespielt haben. Ja. Das haben aber auch einfach mal alle mitgemacht. Ja, natürlich. Ja, das sind auch manchmal diese simplen Sachen und diese einfachen Dinge, die Spaß machen. Ja. Gib den Jungs einfach mal so einen Luftballon, der ein bisschen mit Helium gefüllt ist. Oder den Rest der Helium-Tankflasche. Ja. Du hast die Flasche leer gemacht. Ja, natürlich. Die Flasche. Die Flasche leer gemacht. Sauer. Hab ihn. Ah, okay. Oh nein, daneben gesprungen. Scheiße. Der Micha hat einfach mal irgendwo noch gegen das Tor klatscht. Ja. Da hat der Hammer. Soll ich einfach mal nicht runterkommen oder so. Ja. Boah, Alter. Wo flieg ich hin? Jetzt mal Tor reinmachen, ohne dass man Boden gerührt. Egal. Egal. Hab's auch gewonnen. Fertig. Juhu. 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 Ja, cool. Das war zumindest mal der nächste Modi. Oder. Oder. Oder was hat der Alte noch? Vorbärsten. Ja. Hab's auch immer gewonnen. Ich hoffe, dass wir jetzt den nächsten Modi kriegen. Einer ist raus. Was haben wir? Oh ja, ich glaub das, oh ja. Das ist er. Ich glaub mein Lieblings Modi. Klein und gefährlich. Oh Gott. Ja. Richtig. Der ist aber echt, der ist auch lustig auf alle Fälle. Wenn's der ist, müssen wir gleich mal schauen. Ich glaub schon so mini wie der ist. Ich glaub schon so mini wie der ist. Ich glaub schon so mini wie der ist. Jeder kommt auch raus, dass der ist. Bleib hinten. Schauen wir mal ob Pinball dran steht. Und es steht Pinball dran. Ja, es ist ganz einfach, wenn der mal kriegt so eine Geschwindigkeit drauf, wenn er den einfach mal trisst. Das kann einfach passieren, wenn er irgendwo bei dir gegen die Wand zu klären und der geht rein bei denen oder sowas. Ja. Oder auch umgekehrt oder so. Der ist wirklich unkontrolliert. Wie ihr seht, der macht sich zu deutlich. Der kann aber so passieren, dass man dann mal eben ein Turm mit 130 km h schießt oder so. Ich hab normal sind 40 oder sowas. Naja. Wir hatten auch schon Toren mit 60 km h oder so. Boah. Aber das ist lustig. So doof, wenn man ganz fest von einem eigenen Kollegen weggerammt wird. Von wem denn? Von dir. Lüge. Hui. Die sitzen auch hinten ein auf Absicherung. Na, schade fast. Puh. Das meinte ich. Wenn du den einmal satt trittst, ist es normalerweise für sowas von unkonzentriert. Äh, unkontrolliert. Ich bin unkonzentriert. Oh. Ha. Lebe. Ich glaub, den haben wir gerade beide erwischt. Ja. Sehen nicht. Vorne. 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 Die Wand. Hau ihn vor. Ja, mit zwei Torhütern oder was? Wie lahm seid ihr denn? Ja, was solltest du? Boah. Vorne Schlähen. Nein. Was für weiche Eier, was geht denn da ab? Eieieieiei. Boah, schade. Boah. Der wird schütten gekommen. Schön, dass die hier ist. Ja. Da krieg ich aber auch keinen Wahl gerade, ne? Boah, shit. Der kommt. Oh, oh. Boah. Boah. Was für knapp. Ja. Ja, der hat aber nichts gemacht. Keiner. Nein. Kevin, zurück. Der wäre auch vor und so vorbeigegangen, dass er gerade gegangen wäre. Die Dinger kriegen so weit Zug drauf auf einmal. Der scheiß kleine Ball, ey. Na. Ach, meine Fresse, ey. Ah. Ui. Nein. Wer war da mit dran? Ich war da irgendwo auch noch mit dran. Alle. Nein. Ach, mein Gott. Klapp doch direkt da. Klapp doch weg da. Klapp schon. Ja. Oh. Neben am Tor. Oh, oh. Nee, nee. Diesmal nicht. Das gibt es noch nicht, oder? Wir kriegen aber jetzt überhaupt nichts rein. Wir kriegen gar nichts Geld. Ich krieg gerade gar nichts Backen in dem Spiel. Nee. Das ist immer echt. Den da lobst heute. Ich hab auch noch da dran. Eins. Was? Klapp. Kevin. Ja. Ich sag ja. Er kriegt so eine Geschwindigkeit drauf. Boah. Der war jetzt auch noch Klapp. Der war echt schön. Ja. Da war auch nichts zu machen dran in dem Moment. Die haben den selber reingehauen, aber der wäre auch so reingehauen. Der hätte gepasst. Schön. So. Ah. Sehr schön. Der war noch. Das wird jetzt gleich ein Hard-Tor-Kampf, wenn jetzt nicht nur eine Bad-Tor fällt. Ich mach ja eine Fris. Nicht vorher hab ich... Shit. Bamm. Na, ich bin Zeit. So. Dann schauen wir mal. Das kann. Okay. Boah. Boah. Schade. Schade. Der wäre sehr schön. Schade. Ich hätte früher losheizen sollen. Ich war mir nicht sicher, ob der in meine Richtung fliegt. Schon okay. Lieber so anstatt anders. Ja. Schade. Und das ist dieser Bogengezwitscher. Ja. Dann haben wir uns alle lieben. Oh! ÖGrel. Wir haben uns wahrscheinlich schon. Wow, man kann sich auch verschätzen. Nein! Nein! Danke. Bitte. Bitte. Oh, scheiße. Oh, der kommt. Na, geht doch vorbei. Boing. Na, schade. Was? Wie er hopft da hinten. Boing, boing, boing. Das sieht so geil aus. Das hintere Auto, weil es so war. Hüpf. Oh, shit. Zu schnell daneben. Boah, Alter. Alter. Scheiße, was war das denn? Das ist mein Tor gewesen. Vor dem Fossen. Ich weiß es nicht. Das wäre mein Tor gewesen. Aber dreimal Fossen in dem Müll. Alter. Boah. Oh, Mann. Der war gerade knapp. Der war richtig. Dann kam mal eine Aufnahme. Elchi kommt zumindest mal in die Mitte. Aber das Mitte. Der Torwart muss langweilig sein. Der dreht seine Kreise im Tor. Scheiße. Gerade. Ja. Ja. Warte mal. Der könnte genau dahinten rein. Ja. Bam. Sehr geil. Das hat jeder eins gemacht, oder? Ja. Oh ja. Nein, ich habe keins gemacht. Alter, zuvor war das Spiel. Ja, die Vorrunde war ich, ja. Geil. Haben sie sich jetzt selber auch schon reingehauen. Nein. Juhu. Alter. Klar, wenn du spielst, ist klar, wegen dem Tor bestimmt. Aber das war auch schon... Aber da war auch einige gute Sachen. Da waren wir mit den Rettungen und so. Da sind wir einen guten Arsch gerettet da hinten. Ja. Definitiv. Alter Schwede, ey. Aber wir hatten auch ein Glück gehabt. Kevin, drück mal mal X, ja? Nö. Warum auch? So, das war dann Nummer 3 von 5. Das war ein Hammernummer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja. Vielen Dank.